es gibt auch einen grund warum ich jetzt mission beenden gemacht habe denn ich bin mega sauer ich bin gerade so angepisst wirklich alter so guten tag nun es ist der feind aber wo wir sind kracht es meine freunde wie gesagt ich kann mich nicht drehen ich kann mich nicht drehen ich kann auch nicht nach rückwärts laufen ich glaube nur in die richtung ist keine einstellung glaube ich dafür option war ja nur sprache herr kommen und barbie na los was wollt ihr ja 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 was du misst kugel ihr wollt spaß haben die kriegt ihr Traut euch Ja Ach du wagst es ranzukommen an mich Das hat noch keiner geschafft Ja los, kommt doch her, genau Kommt her, kommt her Kommt her, genau Du hast verkackt Was macht der da Was macht der da Was soll das Oh, ausweichen müssen wir Du Arschloch Alter geil Ich hab meine Waffe Man kann hier die Waffe so drehen Aber nur wenn du es in echt machst Yeah Nicht zu Hause nachmachen Dum, 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 dum Dum Ruckeln beim Laufen Hän, hän Ruckeln beim Laufen Oh, hallöchen Ich kenn dich doch Pam, 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 pam Komm her Du bist ja viel größer Oh, wir können jetzt erst zerschneien Warum können wir ihn jetzt erst zerschneien Warum nicht davor auch schon Oh, hallo Äh, was, äh, was soll das Hallo Äh, verpisst er Was macht der denn da Was macht der Der tanzt Der tanzt Ich schwöre Er tanzt ab Während seine Kollegen erst mal hier ackern Was für ein Kollegenschwein Haia Okay, es reicht jetzt Kommt her Pam, 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 yeah Na, hast du Angst? Zack Oh nein Geht weg von mir Schön ins Gesicht Okay, legen wir los, Freunde Heiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaia Oh, oh, mein Mikro. Was macht er da? Er steht nur da. Ich kann nicht abwehren. Jetzt. Mal ja, mein ich. Ich muss gucken, mein Mikro. Okay, weiter geht's, Freunde. Bäm, dein Freund ist tot. Ja, die Attacke hat's in sich, mein Freund. Das kannst du mal glauben. Meine Arme sind weg. Meine Arme sind wieder da. Meine Arme sind wieder weg. Oh, gut. Juten, doch. Schön haben sie es hier. Doch, ich bin in... Ich komme in Frieden. Mir gefallen ihre Räumlichkeiten sehr. Ja. Nicht schlecht. Was machen's hier? Hä? Was ist das? Eine kleine Maus ist herausgekommen, um zu spielen. Niemand dringt in mein Territorium ein. Töte ihn. Äh, irgendwas. Was? Warum denn? Warum seid ihr... Das nennt ihr Gastfreundlichkeit? Los, töte mich. Hat er doch gesagt. Los, du Versagerkugel, du. Ach, da ist ja noch eine. Ist doch auch eine Versagerkugel. Ja, anscheinend. Ach, warte mal. Ich hab mir gedacht, ich greife jetzt einfach die oben an. Ja, hier, mach mal. Guck mal, ich mach mit links. Mit links mach ich dich fertig. Haha, guck mal hier. Blub, blub, blub. So, ihr Penner. Guck mal hier. Ja, ja. Schutzschild. Na klar. So, hast du es bald, Kollege? Ja, hast du es bald? Okay. Es reicht. Oh. Ach so, du bist jetzt schon tot. Oh. Hallo. Wah. Okay, okay. Okay, ihr wollt so, ja? Ey. Ich bin umzingelt. Das ist ja unfair. Das ist unfair. Okay, let's go. Oh, nee. Um mich zu schützen, muss ich meine Schwerter nehmen. Das ist ja heute ja Jahre. Ich muss immer warten, bis die schießen. Ha ja. Ha ja. Na, komm her. Komm her. Komm her. Komm her. Komm her. Ja, das war nicht. Huia. Geiler Muffer. Oh, mies. Endlich was zu spielen. Ja, dich kenne ich noch gar nicht. Krasser. Krasser neuer Kämpfer hier. Am Stissel. Ha ja, ja, ja. So, jetzt zeigen wir dem, was wir drauf haben. Dann zeigen wir ihm mal unsere Spezialfähigkeit, die jeden den Gegner ausgenockt hat. Komm schon. Hey, warum... Wehrt doch nicht ab, Mann. Wehrt ab. Fummlerattacke. Hast du die gesehen, mein Freund? Oh, nee. Nicht schon wieder einer. Mann, ey. Ei, 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 ei. Ja. Pium. 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 Ja, toll. Hey, das bringt gar nichts. Komm schon. Yeah. Hammer. Der absolute Wahnsinn. Zack, zack, zack. Kommst endlich mal runter. Du fauler Sack. Nee, er schickt wieder andere. Oh, hallo. Oh, guten Tag. Hui. Oh. Ich dachte schon, die sind irgendwie eingefroren. Ja. Komm her. Komm, 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 komm. Komm zu Papi. Komm her. Komm. Ja, fein. Ach, nö. Nicht schon wieder ihr. Wie viele schickt er denn noch? Okay, okay, okay. Pass auf. Jetzt hier. Jetzt hier. Jetzt geht's los. Pam, 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 pam. So, kommst du jetzt runter? Nee, immer noch nicht. Ja, hier, komm, hier. Zack. Oh, noch ein Samurai. Krass. Endlich ein neuer Gegner. Ja, ja, ja. Komm her. Ja. 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 Ich bin eine Höhlenmaschine, mein Freund. Ja, ich wäre super. Papa, 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 papa. Komm her. Ja. Komm zu Papa. Ey, das geht echt nicht. Kommst du jetzt? Alter, wollt ihr mich verarschen? Nice, nice, ja. Okay, so kannst du anscheinend immer wirklich die Lebenspunkte sehen. Oh, er wartet. Er ist ganz nett. Oh, doch nicht. Ja, ja, ja. Ja, warte mal. Können wir irgendwas? Warte mal. Was kann ich damit machen? Kann ich hier irgendwas machen? Oh, ich konnte ihn ranziehen. What the fuck? Kann ich hier irgendwas noch anziehen? Nee. Das habe ich ja ganz vergessen. Mann, was soll denn denn das, Kollege? Verdammt nochmal. Äh, ich kann die Waffe nicht wechseln. Hier, ja. Okay, komm her. Jetzt probieren wir das mal nochmal. Was? Wir haben keinen Akku mehr dafür. Wir sind jetzt ein Cyborg und brauchen Akkubatterien. Ach, nö. Ja. Bäm, Alter. Weggeflext. Ach, guck mal. Wir sind doch auch gleich tot. Ja. Komm her. Hey, ja, ja. Da, was willst du, Kollege? Was soll denn das hier werden, hä? Piu. Ja, und jetzt? Schick mal noch mehr. Ähm. Hallo? Hey, du Walsch. Ähm. Und jetzt? Hat jetzt das Spiel irgendwie versagt, weil ich den so rausgekickt habe? Ich muss nochmal neu machen, weil es ist irgendwie still geblieben. Puh. Was? 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 Was muss denn hier jetzt passiert? BTF? Hä, wo bin ich? Ich bin wieder am Anfang. Aber die Musik ist jetzt, wenn ich noch dabei wäre. Ich habe mich weg teleportiert. Aus der Gefahrenzone. Alter. Also, ich glaube, das war jetzt mein mega echt Buggy gerade, ne? Alter. Ich muss schon wieder nochmal vom Kontrollpunkt nochmal machen. Alter. Haha, nicht schlecht. Jetzt bin ich dran. Oh, na endlich. Wir sind nicht stehen geblieben. Wow. Wie groß. Und er da oben? Du Cybertypi, du. Wow. Was passiert denn hier jetzt? Komm her. Wow. What? Bam. Wir haben ihn erwischt. Oh nein. Wir mussten wegspringen. Ja, aber ich sitze halt für die Aufnahme. Ist besser. Also, besser für die Aufnahme. Sollst du natürlich im Stehen spielen am besten. Heia. Heia, ja. Pabam. Oh, weg. Heia. Heia. Ja, ausgewichen. Komm schon, du Riesen-Gorilla. Jetzt werde ich dich wirklich töten. Was? Was soll ich denn jetzt machen? Oh. Kann ich ihn irgendwie nehmen? Nee. Oh, oh. Ducken. Ich kann nichts erkennen. Oh nein. Was war jetzt? Keine Ahnung. Keine Ahnung. Ui. Wie viel Leben hat denn noch? What? Oh, nee. Heia, ja, 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 da, da, da. Pam, 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 pam. Oh Gott. Er ist K.O.? Du wirst es bereuen. Mich fühlt ihn gemacht zu haben. Oh, nee, was kommt denn jetzt? Hallo, sind sie im Ernst? Ja, ich bin's. Was? Oh. Der hat da hinten irgendwas. Okay. Los, komm her. Wirf. Okay, komm her. Spielen wir. Ja, ja. Und weggehen. Angriff. Weggehen. Angriff. Komm schon. Fummler-Attacke. Ja, Fummler. Die ist unfassbar krass, die Attacke. Und jetzt bist du fällig. Ja. Das war die Fummler-Attacke. Na, was mit dir? Der Name ist Masamune. Ich werde deinen Todeswunsch wahr machen. Aber ich hab's mir gar nicht gewünscht. Ja, mach ich doch gerade. Wow, was macht er? Hä? What the fuck? Was? Ich bin nicht da hinten. Geh weg von mir. Mission neu starten? Wo bin ich denn dann? Ah, okay. Okay, den können wir weitermachen. Sonst hätte ich jetzt abgebrochen. Äh. Okay. Ja. Und jetzt. Ähm, ich muss nach hinten gehen. Alter. Dein Ernst? Was soll denn der Scheiß? Ich muss nach vorn. Bam. Ach, jetzt ist wieder vorn. Okay. Bam. Ey, wie weit nach vorne soll ich denn? Oder ich mach so. Bam. What? Äh. Alter. WTF. Ich versteh's nicht. Ja, mein Todeswunsch. Ich mach jetzt mal so. Bam. Ich muss nicht direkt reingehen, glaub ich. Haia. Ja. Genau. Du hast mich voll erwischt. Krasser Dude bist du. Er kann durch mein Laserschwert durchhauen. Krasser Typ. Mein Name ist Rio und Sonobreger. Ich muss doch ranhalten. Haia. Äh, ja. Wo bist du denn? Ich halte's ran. Ich halte's ran. Ich hab's ran ge... Okay, ich versuch's kurz im Stehen. Und dann... Gucken wir mal. Vielleicht muss man dafür wirklich stehen. Was? Alter, willst du mich verarschen? Ganz ehrlich? Was ist denn das für ein Rotz? Unfassbar. Wirklich unfassbar. Mach doch mal rein! Was ist denn das für ein Kack? Was? Was soll denn jetzt? Was soll denn jetzt? Noch weiter nach hinten kann ich nicht. So, ja. Ja. Ich mach mal kurz Mission beenden. Mission verlassen. So. Ja. Ich hab ja jetzt Mission beenden gemacht. Und, ähm, ja. Wir sind jetzt wieder hier. Jetzt hab ich mal das Mikro ein bisschen näher ran gemacht. Den könnt ihr mich auch besser hören. Ähm, ja. Es gibt auch einen Grund, warum ich jetzt Mission beenden gemacht habe. Denn, äh, ich bin mega sauer. Ich bin grad so angepisst. Wirklich. Alter. Boah. Gerade jetzt am Anfang. Also erstmal jetzt sowieso Fazit, ne. Ähm. Also am Anfang sowieso beim Laufen ruckelt's. Aber eigentlich sind sie nicht beim Stehen und beim Kämpfen, ja. Denn sind da dauernd irgendwie Bugs drin, ne. Dass ich da zum Ende beim Hauptkampf, obwohl da kommen wir gleich erst zu. Erstmal sowieso zwischendurch die Gegner. Mega lang gezogen andauernd die Runde, ja. Und dann kommen dauernd immer die gleichen. Und wo du dir denkst, oh, Mann ey, es hat hier gar kein Ende. Denn, ähm, hab ich erst spät erfahren, dass ich dieses Magnetdings bummst. Da die Kraft, den er immer ranziehen kann, den Samurai. Und der ist ja gleich tot. Aber trotzdem. Ihr habt's mitgekriegt auch zum Beispiel mit dem Abwehren. Ich mach dauernd bei dem Samurai. Ich wehre ab. Ich wehre doch ab. Ich nehm mein Laserschwert. Dann mach dauernd so, so, so. Zack. Genauso wie er macht. Und auch wenn sie miteinander aufprallen oder so meine, ja. Oder irgendwas. Der wehrt nicht ab. Das war immer nur Glücksgriff einfach. Dass es gerade funktioniert hat. Es hat nicht funktioniert. Und ich mach dauernd da und sein Laserschwert geht durch und durch und es geht weiter. Und wieder diese Kugelmänner, Dings da, Kugelmaschinen. Und die Samurai-Typen, ey, die haben mich schon allein aufgeregt. Und denn jetzt gerade am Ende war ein Highlight. Am Ende jetzt war ein Mega-Highlight. Bosskampf sozusagen. Und ich kapier ja gar nicht, was der da von mir will. Mit diesem einen Symbol, wo er da auf mich zurollt. Der riesengroße, fette Typ da. Maschinentüpi. Äh, das war ein Symbol, hab ich nicht mal erkannt. Was soll ich jetzt machen? Was? Und dann, äh, kam jetzt noch dazu, einfach eiskalt gerade eben einfach mal so zwei Bugs. Und ich spiel's ja jetzt gerade das erste Mal und gleich so ne fetten zwei Bugs. Einmal passiert gar nix und ich steh nur da, guck den oben an, alle die. Passiert nix. Anscheinend vielleicht, weil ich den so rausgehauen hatte, diesen Samurai-Typi über so ne Mauer. Und dann der zweite Bug ist, ich mach dieses Magnet-Ding. Es funktioniert nicht, weil ich's mit beiden Händen mache. Was keiner wissen kann. Und, äh, auf einmal irgendwie klatsch ich irgendwie nach vorne und bin auf einmal wieder im Raum, wo ich gestartet bin. Und die Musik geht weiter und ich denk mir, what the fuck? Alter, und jetzt gerade. Und selbst das, das wäre dann noch nur zu bemängeln gewesen. Wenn jetzt das am Ende nicht noch gewesen wäre. Der Bosskampf mit dem Typi, anderen Samurai-Typi. Was, 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 was will der von mir? Ich soll nach vorne rennen, ganz nach vorne in meinem Raum. Ich brauch, glaub ich, so einen 30 Meter Raum. So, von der Länge her. 30 Länge, Breite, 30 Meter. Ich soll erstmal 10 Meter nach vorne, Laserschwert ranhalten. Denn auf einmal, greift der wieder an, sagt mir, ja, jetzt musst du mal 20 Meter nach hinten laufen. Äh, lauf zum Symbol, äh, geht gar nicht weiter. Und dann, äh, äh, äh. Und selbst wenn ich es reinhalte, ist Schwert. Es passiert nix. Ein Laserschwert geht durch und trifft mich und ich bin tot. Auf weia, ey, wirklich. Alter. Also ich bin gerade richtig, ich bin wirklich richtig sauer innerlich fast schon. Ja. Und, ähm, ja. Dazu kommt halt noch dieses, ähm... Das Einzige, was man halt machen kann, ist einfach dieses pam, 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 pam. Mehr nicht. Und dann wäre es noch gerade so okay, dann würde ich auch sagen, gut, ist vielleicht auch was für Jüngere, die auch einfach so Fun haben wollen damit und so. Aber du kannst ja nicht mal das Schwert richtig abwehren. Ich halte ja mein Laserschwert hin oder beide oder wenn sie aufprallen, aber es wird nix abgewehrt. Oder nur bei Zufall, bei Glück. Und gerade halt, wie gesagt, das Highlight mit dem Bossgegner am Ende jetzt mit diesem Schwert reinhalten und so, habe ich jetzt selbst im Stehen probiert. Und selbst da war es ein Problem. Ich dachte, vielleicht liegt der Fehler daran, dass ich sitze. Und du musst halt so ein bisschen Freiheit haben und so. Ist ja dann auch verständlich. Aber selbst da ich stand und das Schwert war trotzdem meilenweit hinter mir, was ich reinhalten musste und selbst dann, wo ich es gemacht habe, trotzdem verloren. Trotzdem ist der durchgekommen. Ey, das war gerade Rotz für mich. Tut mir leid. Alter Schweder. Ja, ich bin noch sehr aufgebracht. Ja, also wie gesagt, für Jüngere hätte ich es vielleicht verstanden, wenn es aber mit dem Abwehren klappen würde. Denn würde es vielleicht noch so, dass man sagen würde, gut, ja, kann vielleicht Fun machen, auch vielleicht auch für jüngere Personen. Aber das ist ja ein Trigger-Moment. Das sind Trigger-Momente, die dich einfach nur aufregen. Ja, mir persönlich sagt das auf jeden Fall absolut nichts zu. Ich glaube, ich weiß nicht, ob man es merkt. Ich glaube, man merkt es nicht. Und deshalb sage ich es euch. Mir würde das Spiel jetzt nicht so ganz liegen. Ja, ich würde sagen, falls ihr aber vielleicht doch Interesse habt und sagt, ey, vielleicht war das jetzt einfach nur gerade ein scheiß Griff, vielleicht die erste Mission, guckt mal für uns bitte mal noch in den anderen Missionen noch rein. Vielleicht verbessert es sich ja oder da passieren vielleicht nicht so eine Fehler oder vielleicht ja, irgendwas ist da vielleicht anders oder vielleicht verbessert es sich. oder ihr interessiert euch einfach allgemein dafür, wie es einfach weitergeht, dann schreibt es einfach in die Kommentare und wir gucken vielleicht nochmal in eine nächste Mission rein. Und ja, ich hoffe, das Video hat euch ein bisschen geholfen auch, zu sehen, wie es ist und so weiter. Und ja, meine Meinung habe ich ja gesagt. Und ja, dann bedanke ich mich fürs Zuschauen bei euch nach diesen wilden Momenten. und ja, verabschiede mich und sage vielen Dank fürs Zuschauen und lasst gerne ein Like da, Freunde, und auch ein Abo und auch die Glocke aktivieren, wenn ihr nichts verpassen wollt, ne? Gut, dann haut rein und macht's gut. Bis zum nächsten Mal. Ciao. Die größte Rotzüger auf der Spiele drauf.